Servus miteinander, heute eine sehr, sehr spannende Folge wieder auf meinem Kanal zu Transfer, Gerüchten, Spekulationen, mögliche Abgänge. Es gab wirklich unfassbar spannende Informationen zu sämtlichen Themen, zum Beispiel wird ein Felix Urukai mit Atalanta Bergamo in Verbindung gebracht. So Sachen, Ruben Vargas plant eventuell auch den nächsten Karriereschritt, gab aber auch zu unseren Namen Tim Breithaub, Milan van Eybeek und Ferai-Informationen. Spieler, die ja bei uns gehandelt werden und natürlich Patrick Pfeiffer und Finn Dahmen, unser erster Zweitransfer für diese Saison. Willkommen erstmal an die beiden und damit wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch wie immer hier bei mir gefällt und eure Meinung zu den ganzen Themen natürlich in die Kommentare. Dankeschön und viel Spaß. Ja, meine Freunde, fangen wir erstmal mit den Erfreulichen an. Patrick Pfeiffer und Finn Dahmen werden heute offiziell vorgestellt. Wenn ihr das Video seht, sind sie es vielleicht auch schon. Also, es ist ja so, in Pfeiffer und Dahmen waren wir schon länger dran. Ich habe die Jungs ja auch beide schon öfters vorgestellt auf diesem Kanal. Das Gerücht ging ja schon gefühlt bei beiden los im Sommer vor einem Jahr. Jetzt haben wir beide ablösefrei bekommen. Wir haben Geduld gezeigt, haben uns lange um beide bemüht und werden beide kriegen. Finn Dahmen wird die neue Nummer 1, sein erstes Mal als Nummer 1 in der Bundesliga. Es ist sein nächstes Karriereziel gewesen, sich als Bundesligator zu etablieren. Er hat tolle Ansätze gezeigt, auch jetzt schon in dieser Saison in Mainz, gerade auch im letzten Spiel ja auch gegen Dortmund den Elfmeter gehalten. Falls ihr euch erinnert, gegen Sebastian Haller, sein größter Erfolg war definitiv der U21-EM-Titel mit Deutschland im Jahr 2021. Dort blieb er auch dreimal zu null. Toller Torwart, kann auch gut mit dem Ball am Fuß, gute Reflexe, spannendes Talent. Es ist sein erstes Mal jetzt als Nummer 1, wo er in die Saison gehen wird. Ich bin sehr gespannt auf ihn. Viele haben sich ihn gewünscht. Einige waren auch ein bisschen skeptisch, weil er einfach nie eine Nummer 1 in der Mannschaft war. Er glaubt an sich, die Verantwortlichen glauben an ihn und ich heiße ihn einfach herzlich willkommen. Und ich hoffe, dass Finn Dahmen eine überragende Saison hinten spielt als neue Nummer 1, weil diese wird er wohl auch werden. Und bei Patrick Pfeiffer habe ich so viel schon dazu gesagt. Toller IV, absoluter Brecher hinten, Riese, 1,96 groß, beidfüßig tolle Spieler. Eröffnung mit der teuerste Spieler der 2. Liga ablösefrei zu kriegen, finde ich klasse. Es gibt nur einen Haken an Patrick. Schade, dass es so ist, falls er es auch sieht. Er wäre cool, wenn die Jungs auch schon den YouTube-Kanal schnell entdecken. Patrick Pfeiffer hat die rote Karte im letzten Spiel gesehen in der 2. Liga. Drei-Spiele-Sperre und die betrifft uns leider. Also wird uns zum Saisonstart drei Spiele fehlen. Das ist natürlich maximal ärgerlich. Es ist maximal ärgerlich. Nichtsdestotrotz haben wir da natürlich einen absolut geilen Kicker verpflichtet, der eventuelle Abgänge auch kompensieren wird. Ihr werdet es ja später hören. Zum Beispiel Urukai hat ja auch Vertrag bis 2024. Bergamo ist dran. Und es wird noch ein langer Transfersommer, Leute. Auf jeden Fall haben wir mit ihm einen geilen Spieler dazubekommen. Ich freue mich auf beide. Heiße beide herzlich willkommen. Beide ablösefrei. Sämtliche Vertragskonstellationen werde ich euch auch jetzt in den Kommentaren oben anpinnen. Denn sobald sie raus sind, bei Patrick Pfeiffer gab es wohl auch ein Handgeld, ein ordentliches. Bei Finn Dahmen weiß ich das alles noch nicht. Pfeiffer unterscheidet für vier Jahre bis 2,27. Genau. Aber die beiden Jungs werden heute vorgestellt und sind unsere ersten beiden Transfer. Und vom Herzen alles Gute in Augsburg. Führt bis zu unserem Verein oder hilft uns dabei, uns sportlich zu entwickeln. Den nächsten Schritt in der Tabelle zu machen. Ein bisschen raus aus dem Keller wäre hier auf jeden Fall das erste Ziel. Und ja, einfach willkommen und fühlt euch gut und auf einen tollen Saisonstart und gute Vorbereitung für die beiden. Und dann gehen wir weiter zu den Spekulationen und Gerüchten. Bevor wir aber zu Namen wie Breithaupt, Ferreifern, ewig möglichen Transfer kommen, die jetzt erstmal ein bisschen abgekühlt sind, das hat seinen Grund. Und ich werde euch hier mal die Augsburger Allgemeine zitieren. Die hat das auch sehr schön hier erklärt. Also, es geht beim FCA darum, erstmal jetzt Transferüberschüsse zu erzielen. Man wartet darauf, also ab, dass man sozusagen Transfererlöse erzielt. Und dann wird man sich wieder mit Namen wohl konkreter beschäftigen. Man wird es auch hinter den Kulissen natürlich schon tun, alles vorbereiten. Aber man muss halt jetzt auch ein bisschen abwarten. Das wird hier geschrieben von der AZ. Der FCA soll einen Transferüberschuss erwirtschaften. Zwar hat der FCA in der Corona-Saison 2021-2022 nur einen kleinen Verlust von rund 400.000 Euro zu verkraften. In der abgelaufenen Saison ist der aber wohl auf einen einstelligen Millionenbetrag angewachsen. Vor allem, weil keine Spieler abgegeben wurden. Genau. Und darum geht es. Mögliche Abgänge. Und dieses Video, in diesem Video werde ich euch alles dazu auch sagen. Welch Ruben Vargas, Udo Kai, alle, Viago, alle Spieler bis 2024, die unter Vertrag sind, wenn sie den Vertrag nicht verlängern, jetzt im Sommer, werden wohl eine ernsthafte Option sein, uns zu verlassen. Aber dazu und später mehr. Jetzt fangen wir erstmal Step für Step an. Erstmal zu unseren Breithaupt-Ferrei-Van-Ewig-Gerüchten und dann Step für Step weiter. Ich habe schon sehr viel Bock, wie ihr hört. Ja, und dann gibt es ja hier noch diese drei Namen, die jetzt so in den letzten Wochen öfters mal in Augsburg präsent waren. Über Tim Breithaupt, Udo Manuel-Ferrei und Van-Ewig habe ich selber ja auch schon berichtet, bei Ferrei schon deutlich früher. Da habe ich ihn mal als Spieler vorgeschlagen. Da war das noch gar nicht offiziell, dass er mit uns überhaupt in Verbindung gebracht wird. Gutes Näschen gehabt. Tim Breithaupt, glaube ich, haben wir alle schon mitbekommen. Da gibt es jetzt einfach neue Informationen. Ich würde jetzt gerne einfach mal anfangen. Die Lage ist ja jetzt so, ihr habt es ja vorhin gehört. Wir wollen, bevor wir uns überhaupt jetzt noch mit neuen Spielern beschäftigen, erstmal über Abgänge Erlöse erzählen. Das habe ich euch ja vorhin erzählt. Und jetzt ist ja die Lage so, Tim Breithaupt, gibt es neue Informationen. Die Ablösesumme ist ja so 4 Millionen. Er hat einen Vertrag bis 2024 und im FC Augsburg scheint das zu teuer zu sein. Also wartet man hier erstmal ab. Man muss aber ganz klar sagen, Tim Breithaupt hat das Interesse von mehreren Bundesligisten auch geweckt. Nicht nur vom FCA. Und diese werden jetzt natürlich in lauer Stellung gehen, weil sie das ganze Jahr mitbekommen. Ja, das Ding ist, Breithaupt war seit Februar mit einem Knöchelbruch hier außer Gefecht. Ich glaube, das ist auch ein Mitgrund, warum man hier spekuliert auf eine geringere Ablöse. Und einerseits auch, weil man auch erstmal Erlöse selber braucht. Und 4 Millionen sind nun mal auch nicht wenig für einen Zweitligaspieler. Bei all seinem Talent, wo er auch hat. Der KSC ist jetzt finanziell nicht mega gut aufgestellt. Auch sie müssten über Abgänge ein bisschen wohl Erlöse erzielen, so wie ich es mitgelesen habe. Und ja, und darauf spekuliert man wohl, dass man sich hier preislich wohl dann am Ende ein bisschen entgegenkommt. Finde ich gar nicht so schlecht, dass wir hier nicht all in gehen, sondern ein bisschen mit zockt und mit Näschen das angeht. 4 Millionen ist nun mal auch wirklich nicht wenig. Ich bin sehr gespannt, wie es um Tim Breithaupt dann endet. Stand jetzt ist es kein heißes Thema. Es ist etwas abgekühlt. Könnt mir gerne mal auch wieder dazu schreiben, was ihr davon haltet. Ich verstehe hier, dass die Verantwortung ein bisschen zurückrührt. Dann auch, wenn man bedenkt, dass er wirklich seit Februar hier verletzt ausgefallen ist. Und einfach ja auch der KSC unter Zugzwang gewissermaßen ist. Weil er wird ziemlich sicher den Vertrag nicht verlängern in Karlsruhe. Er wird den nächsten Karriereschritt machen. Und wenn man den Vertrag, also wenn man ihn nicht ziehen lässt, könnte er nächstes Jahr ablösefrei wechseln. Und das will Karlsruhe auf jeden Fall vermeiden. Also wird hier weiterhin spannend bleiben. Man will hier die Ablöse sinken in meinen Augen und ein bisschen einfach zocken und abwarten. Aber man könnte sich auch verzocken, weil Tim Breithaupt natürlich nicht nur beim FCA ein Thema ist. Den haben mehrere gescoutet und lauern jetzt natürlich drauf, hier nochmal dazwischen zu grätschen. Bei Manuel Ferrei, SSO Köln und Mainz zum Beispiel sind ja auch dran. Wäre ein sehr geiler Spieler. Wie gesagt, Erno kennt ihn ja aus Dortmund noch. Ein Ex-Spieler von ihm. Spannender Spieler. Hat tolle Scorer-Zahlen auch in der zweiten Liga gehabt. Zehner, quirlig, schnell, Spielwitz. Könnte uns da auf jeden Fall helfen. Baumgart ist hier natürlich auch sehr scharf auf ihn. Gerade er kann ja super Spieler installieren und junge Spieler in sein System reinpacken. Und dann spielen die auch wirklich klasse bei ihm. Erno muss das ja noch beweisen, dass er auch so Talente in ein Spielsystem packen kann und nach vorne dann auch was entwickeln kann. Baumgart hat das schon nachgewiesen in Köln mit den Tonnenflanken und Überzahlspielen, wo sie das schaffen. Sehr, sehr spannend. Vorteil hier ist gewissermaßen, dass Erno einfach Ferrei schon kennt. Wir scheinen da auch auf jeden Fall Interesse zu haben. Auch Transfermarkt hat das betitelt. Finde ich sehr cool, weil ich ja wirklich vorher diesen Namen auch schon mal genannt habe als möglicher Spieler. Wäre so ein Zehner-Typ, der uns auch so ein bisschen fehlt. Ja, wir werden sehen. Köln und Mainz für mich hier trotzdem eher Favorit. Aktuell auch kein heißes Thema. Wollt euch hier nur wieder up to date bringen. Er ist definitiv ein Name, der bei uns gehandelt wird. Kann zu einem sechsstelligen Bereich, höheren Bereich, wahrscheinlich so 800.000, 900.000 zu einem Bundesligisten wechseln. Und das war damals auch der einzigste, also diese Klausel hat er gewollt. Sonst wäre er nicht wohl nach Braunschweig gewechselt, weil er hat schon wohl geahnt, dass er ein guter Kicker ist. Dass er eine gute Zweitligasaison spielt und falls ein Bundesligist eben Interesse hat, dass er dann wechseln kann. Sein Vertrag gibt es 2024. Will ihn im Bundesliga-Team, gibt es eine Klausel im sechsstelligen hohen Bereich. Wie gesagt, bleibt auch spannend. Mainz und Köln sind dran. Milan van Eywijk gilt hier natürlich genau dasselbe. Wir warten erstmal auf Abgänge. Ist natürlich ein enorm spannender Spieler. Ich lese das auch öfters bei euch. Wie gerne ihr den hättet, habe ich keinen neuen Stand oder so. Ich finde es allein stark, dass wir mit dem handeln. Wir brauchen einen rechten Verteidiger. Er wäre dieser High-Speed-Schnelle-RV mit Offensivdrang, den sich viele wünschen. Extrem junger Spieler auch. Wie gesagt, wir müssen auch ein bisschen auf unsere Altersstruktur aufpassen. Sind alles sehr junge Spieler. Muss man auch wirklich so sagen. Wir haben das Thema ja auch schon ein paar Mal in den Kommentaren gesehen. Auch ich bin da ein bisschen vorsichtig. Man muss eine gewisse Altersstruktur schon noch im Kader behalten. Das wären alles Youngsters. Das muss man auch ehrlich sagen. Bei allem Umbruch hier bitte auch ein bisschen darauf achten bei den Transferern. Wie gesagt, Tim Breithaupt ist nach wie vor wohl der wahrscheinlichste Transfer, aber ist hier erstmal auch abgekühlt. Ich bin gespannt, welche Namen noch über den Sommer hier mit dem FC1 in Verbindung gebracht wurden. Stand jetzt ist alles erstmal abgekühlt, solange wir nicht über Abgänge Transfererlöse erzielen. Ja, und dann kommen wir zum Thema Abgänge. Hier gibt es zum Beispiel eine Sache, wo ich enorm schade fand, wo ich sie gelesen habe. Andererseits auch verstehe. Aber wie gesagt, kein Druck. Ruben Vargas hat Vertrag bis 2025, marktwert 6 Millionen. Plant wohl so im Kopf eventuell schon sein nächstes Karriere-Schritt. Er ist einfach ein klasse Kicker. Sein Anspruch kann auch nicht sein, immer im Abstiegskampf der Bundesliga zu spielen. Bei aller Liebe. Der FCA muss den nächsten Schritt machen, um so einen Spieler wie Vargas dann auch halten zu können. Aktuell sind wir einfach immer im Keller drin. Der Junge hat ja wirklich in der Rückrunde super gespielt, gescored, uns geholfen, wo er kann. Wir haben hier keinen Druck. Aktuell gibt es auch nicht konkrete Angebote oder so. Bin ich auch sehr gespannt, wie wir dann reagieren würden, falls ja. Er hat Vertrag bis 2025. Wie gesagt, wir können immer noch ein Jahr alles ablehnen und nächstes Jahr dann drüber sprechen. Das soll ja scheinbar auch ein bisschen so der Weg dann sein, dass man Einjahresverträge dann eher tendenziell bereit ist, falls sie nicht verlängert werden, zu verkaufen. Daher kam ja auch erst so ein bisschen die Miese in den letzten Jahren, weil man Spieler wieder nicht abgegeben hat, wenn man Angebote bekommen hat. Jetzt müssen wir mal gucken. Bei Ruhm Vargas würde ich es enorm schade finden. Ich verstehe, dass er den Gedanken hat. Der FCA müsste nächste Saison wirklich eine super Saison spielen, damit man ihn vielleicht auch bewegen kann, hier länger zu bleiben, an das Projekt zu glauben, dass es vielleicht für uns wieder in höhere Regionen gehen kann. Stand jetzt. Plant er oder denkt drüber nach? Ist es Zeit für einen neuen Karriereschritt? Karriereschritt? Verständlich. Aber Vertrag bis 2025. Leute, entspannt bleiben. Alles in unserer Hand. Bei Mergin Berisha, Urukai, Guwe, Jago, Petersen, Kubek, habe ich es euch ja schon mal aufgeschrieben. Diese Verträge laufen aus. Berisha gibt es jetzt Konkretes. Scheint so ein bisschen mit der Premier League zu liebäugeln. Wäre ja für uns gar nicht so schlecht, weil wir wissen, Premier League Teams haben eines. Und das ist Geld. Und wenn wir was wollen für Berisha, dann ist es auch wirklich gute Transfererlösung. Dann wäre es ein Win-Win-Geschäft, muss man wirklich so sagen. Wenn da wirklich ein Premier League Team anklopft und sagt, ey, den wollen wir, zahlen wir wirklich heftige Summe um die 20 Millionen, dann werden wir das machen. Berisha wird wahrscheinlich auch gut in die Premier League passen. Die lieben es ja so, körperliche Stürmer vorne zu haben, die auch technisch ein bisschen was drauf haben. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich verstehe auch diesen Schritt von Mergi. Mich hätte ihn lieber in der Bundesliga gesehen, bin ich ehrlich. War ja auch irgendwie sein Traum, hier zu spielen. Jetzt scheint aber auch die Premier League ihn zu reizen. Wie gesagt, wenn Mergi in diesen Weg geht, wir ein tolles Angebot kriegen. Volles Verständnis für ein Win-Win-Geschäft. Just do it. Und wir werden fein damit. Bei Uruk-Hai, Atalanta Bergamo scheint hier Interesse zu haben. Das Ding ist, alle diese Spiele haben Vertrag bis 2024. Da haben sie eingeblendet. Inklusive noch unser junger Aaron Zehnter. Und man hat die Aussage gemacht, man wird sich mit den Spielern unterhalten. Wenn man nicht zu einer Vertragsverlängerung kommt, möchte man wohl tendenziell eher die Spieler dann auch verkaufen. Das gilt auch für Felix Uruk-Hai, meine Lieben. Berisha ist was anderes mit der Vertragskonstellation, würde ich sagen. Also ihr müsst da ab Uruk-Hai gucken mit dem Vertrag bis 2024. Deswegen blende ich mal Berisha hier aus. Uruk-Hai. Okay, wir haben jetzt Patrick Pfeiffer. Okay, man wird sich wohl mit Udo unterhalten. Ich finde ihn, wie gesagt, super LV, Linksfuß. Ich würde halt gern Pfeiffer, Oxford und vielleicht mal Uruk-Hai in der Abwehr sehen. Auch mit Oxford plant man scheinbar noch. Und hofft, dass das wieder besser wird. Aber ja, der Vertrag gibt es 2024. Er könnte uns gute Ablöse generieren. Kann man vielleicht auch hoffen, um die 10 Millionen was zu kriegen. Plus, Minus. Nageln wir uns jetzt da nicht fest. Ist ein Linksfußverteidiger. Öfters halt leider verletzt. Ich glaube, der hat so viel Potenzial. Er wird halt immer wieder zurückgeworfen. Ich würde es schade finden, weil ich ihn echt super finde. Vize-Kapitän ja auch bei uns gewesen. Aber ja, man beschäftigt sich damit. Man möchte hier wirklich auch Erlöse erzielen. Im Winter muss halt auch gucken, wenn Berisha und Pipi vielleicht gehen, ist man hier gar nicht so unter Zugzwang. Das heißt Beispiel. Aber Bergamo ist ein Team, das mit ihm tatsächlich in Verbindung gebracht wird. Aber wenn es nach mir geht, sollte Felix noch bleiben, weil ich echt viel von ihm halte. Bei Gube habe ich keine neuen Informationen. Er möchte gern bleiben. Wäre für die Altersstruktur, finde ich auch wichtig. Identifiziert sich zu 100 Prozent mit unserem Verein. Why not halten? Gibt es auch nichts Neues. Bei Iago bleibt es so, wie es ist. Die Türkei ruft. Werden bestimmt noch weitere Interessenten kommen. Hier riecht vieles nach Abgang. Bei Petersen und Kubek bleibt man entspannt. So ist die Aussage des Vereins. Selbst wenn es wohl keine Angebote gibt, würde man, selbst wenn sie nicht verlängern, vielleicht würde man dann auch einfach ins nächste Jahr gehen. Wobei ich eins sagen muss. Bei Petersen bin ich auch optimistisch, dass er verlängert. Bei Kubek glaube ich nicht an eine Vertragsverlängerung, weil er wohl nicht mehr die Nummer 1 sein wird durch Damen. Relativ sicher, Damen wird als Nummer 1 kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass Kubek dann eher den Verein verlassen wird. Und es gibt ja schon hier das Gerücht, dass Herr Marcel Lubek, das war Herr Fabio Kuber, Herr Lubek hochgezogen wird. Vielleicht auch als Nummer 2 gilt hier auch als tolles Torwartalent und wäre ja schon mal ein richtig gutes Signal an unsere Jugend. Also da gibt es diese Pläne, wo man mit Damen und Lubek in die Saison geht. Ich weiß es nicht, vielleicht bleibt auch Kubek. Ich habe keine Ahnung, wie man das löst. Weil so eine Altersstruktur muss halt sein. Damen ist auch jung, neu im Verein, zum ersten Mal Nummer 1 in der Bundesliga. So einen erfahrenen Torwart, vielleicht wie Kubek im Hintergrund zu haben, wäre nicht schlecht. Ich bin sehr gespannt, wie man es löst. Man darf, wie gesagt, nicht mit der Verjüngung komplett übertreiben. Aber für Lubek eine tolle Sache. Ja, das ist so jetzt hier mal der Stand. Bei Calvin Neboa ist man in Gesprächen, aber man hört schon raus, die 6 Millionen Ablöse plus minus sind zu viel. Man würde gern, aber es ist einfach too much. Man wird sich hier wohl unterhalten. Stand jetzt riecht es leider nach Trennung, Leute. Und es tut mir weh. Ich habe den Jungen richtig ins Herz geschlossen. Immer am Strahlen im Training. Ja, aber 6 Millionen ist einfach sehr, sehr viel Geld. Bin sehr gespannt, was hier noch passiert. Und ja, da habt ihr es schon vorhin gesehen. Es gibt auch schon zwei Abgänge. Fabio Gruber, tolle Saison gespielt in der Regionalliga. Für unsere Jungs hat dort auch 6 Scorer gesammelt. Kopfballstarker IV, zweikampfstarker IV. Hat den Schritt in die 3. Liga gewahrt. Zum SC Werl. Hat hier schon sich mit dem Trikot abfotografieren lassen. Ja, SC Werl hat eine ordentliche Saison gespielt. Platz 10 in der 3. Liga. Für ihn geht es eine Liga hoch. Zu einem Team, das im Mittelfeld performt hat. Auch der FC Augsburg hat gratuliert zu diesem Karriere-Schritt. Man konnte ihm wohl auch keine Perspektive in der ersten Mannschaft geben. Wir sind der IV auch wirklich gut besetzt. Ihn habt ihr immer wieder genannt als möglichen IV-Kandidat, das auch für uns spielt. Hat nicht geklappt. 3. Liga ist sein nächster Karriere-Schritt. Und da wünsche ich natürlich auch alles Gute. Und Felix Götze geht auch für 100.000 nach Essen. Die sind ja drin geblieben. Und wird dort bleiben. Auch hier natürlich alles Gute von mir. Genau, meine Freunde. Ihr habt das jetzt gehört. Viele Infos, viele Gerüchte. Das wird sich jetzt die nächsten Wochen vielleicht häufen. Vielleicht wird es auch eine Woche mal ruhiger geben. Die Jungs sind ja jetzt im Urlaub. werden sich erholen. Aber der Transfermarkt wird enorm heiß bleiben. Man darf auch nicht vergessen, Riccardo Pepi. Das ist klar. Da ist Feyenoord dran. PSW. Man hat es ja immer wieder gehört. Die Top-Teams aus den Niederlanden. Da bin ich mir auch ganz sicher, dass da was passieren wird. Wir werden Transferlöse sicher erzielen. Und bis dahin wird unser Verein warten, um wie gesagt Einnahmen erstmal zu generieren. Man möchte dieses nächste Saisonjahr wohl nicht mit einem Minus abschließen, weil man es jetzt in den letzten zwei Jahren gemacht hat. Verständlich. Und jetzt wartet man ab. Und ich glaube, wenn da was ins Rollen kommt, dann werden die ersten Transfer kommen. Im Hintergrund wird man sich schon viel geeinigt haben und viele Gespräche geführt haben bis dahin. Und wird es mit dem möglichen Transfer auch hoffentlich kommunizieren. Nicht, dass man am Ende wieder zu spät dran ist und kurz vor Schluss alles macht. Genau, in diesem Sinne hoffe ich, es hat euch wieder gefallen, dieses Update. und ich sage bis bald, euer Dennis und ciao, ciao und Daumen nach oben nicht vergessen, um diesen Kanal zu unterstützen. Wir hören uns. Bye, bye.